Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,1 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, habe mich von dem günstigen Preis und den guten Bewertungen zum Kauf verleiten lassen. Verglichen mit dem Käsen von Drew wieder löst sich dieses deutlich schlechter auf, schmeckt künstlicher, ist nicht zu ergiebig und sättigt viel. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.